Hallöchen liebe Hardcore-Freunde. Ja jetzt seht ihr wieder Hardcore und ja wieder mit den Stunkeller LP wie immer. Alter ist das wirklich so laut die Musik? Kann doch nicht sein, oder? Okay, aber egal. Das liegen wir schon an den Kopfhörern, weil sie neu sind und schön geil. So, ich war schon ein bisschen länger nicht auf dem Server. Ich denke, ich hab ein bisschen gehört von meinen Vyndest manchmal oder so. Geht aber nur ab 90. Irgendwie kack. Deswegen gehen wir einfach mal rein und wechseln gleich zum Blaue Stadt. Weil mir einfach ein bisschen besser gefällt als die Intervote. Also das ist nur persönlich, nicht so, was ich jetzt an meinen Lieblingsfarben könnte ich auch sagen. Also, Blau, ne? Versteht man. Also, ich denke, das wird jetzt erst jetzt die Timer, also meine Uhr bei der Shop Uhr geben. Also schon mal gestartet. Und ich denke, ich fange gleich mal an. Und es tut mir schon mal leid, dass ich schon ein bisschen länger Hardcore vernachlässigt habe. Ja, hatte einfach ein bisschen wenig Zeit für Hardcore. Und dann Minecraft, da kam mit meiner Freundin, da hab ich einfach ein bisschen was dazwischengezwängt und so. Ja, okay. Wir sind hier in dem fünften Channel. Auch schon ein bisschen viel hier los. Okay. Also, ich hole mir jetzt so ein Ding. Alter, ich bin so verplant. War schon ein bisschen länger hier nicht drauf. Also, ganz armätig. Also, ihr könnt auch in den Kommentaren schreiben, was ist besser? Fähigkeitsschaden oder Durchschaden? Ne, ich habe ja jetzt auf meinem Farbe S hier 52 Durchschaden. Und Fähigkeit... Minus 16 Fähigkeitsschaden. Also, ich weiß nicht genau. Ich bin jetzt nicht so auf dem deutschen Stand. Die ihr, denke ich. Also, die jetzt, die hier zuschauen, die wissen ein bisschen besser, was abgeht, als jetzt ich. Also, ich bin ein bisschen verklart. Ich suche jetzt auch gerade hier, wo ich hier die Scheiße kaufen kann. War das jetzt die hier? Die hier? Die hier? Ja, hier. Okay. Das weiß ich noch. Okay. Ich denke, das kann ich... Ich werde es los. Kann ich mal wegschmeißen. Also, bei Rechtsklick. Blaues... Ja, hier Blaues Reich. G-Doom. Wechseln. Ja, bei Ausflogen, ja, ja. Wenn ich aber nicht, ich gehe einfach Reich zu Reich teleportieren. Blau. Ist wie Ausflogen. Könnte man sagen. Ja. Also, echt. Boxen. Also, mein Herz jetzt hier ist echt Hammer, weil es das echt geil hört. Also, das ist jetzt bei mir ein bisschen zu laut, aber hier bestimmt eine Aufnahme von Perfekt. So. Bestimmt diese Tour entfiegt nicht so, weißt du? Stolte übertrieben. Gut. Ja, die neuen Projekte... Eigentlich wollte ich auch jetzt mit... Wie hieß der, äh... Black Shooter aufnehmen. Ja, er ist aber jetzt verhindert, weil er nicht technische Schwierigkeiten hatte. Also, doch, mit dem Mikrofon. Also, er wäre dann stummend, wäre überhaupt mit uns gechattet. Und er könnte mich so hören. So wäre das jetzt. Weil er ein Problem mit dem Mikro hat und so. Das wäre eigentlich scheißegal. Er konnte... Er konnte eigentlich hier... Was lassen? Digga. Platten kannst du aufnehmen? Okay, ich bin völlig verplant. Also, deswegen... Muss ich mal schauen, was ist jetzt, ne? Ah, die Placke. Also, ich bin doch nicht so verplant hier. Also, ich weiß nicht genau, was ich hier machen soll. Deswegen... Doch, doch. Brauche ich jetzt nicht mehr, ne? Also, träg ruhig reich und so. In dem Hell... Pack ich einfach jemand. Weil ich jetzt echt ein bisschen verplant bin. Ich weiß nicht genau... Also, ich weiß nicht zurecht, was ich machen soll. Egal, aber ich gehe, denke ich. Kurz austesten. Wie viel ich aushalte? Denk ich mal. Okay, wie viel haben wir gekillt? Moment, voll neu. Wir haben nix, niemanden angefasst. Wir sind noch jungfreulich. Ach, nein. Scherz. So, die Drecke brauche ich, denke ich nicht. So... Drachenplattenpanzer. Drachenplattenpanzer, so. Drachenplattenpanzer, so. 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 So, das hab ich schon noch. Nein. Ganz schön, und ganz schön. Ich ne? Wieso hab' ich das noch? Wenn's was kommen, ich renn? Okay. 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 Ab Level 60, wo kann ich denn hin? Äh, geh ich mal Spezialmaps? Äh, vielleicht hin mit mit. Also, 2 Meter, 1. Komm. so wenn ihr auch mal anderen accounts sehen wollt schreibt es ruhig in den kommentaren werde ich zeigen der ist denke ich 100 irgendwas als über 100 schon mal zeigen was jetzt drauf hat 55 ich bin schon 60 50 60 was ist das für ein typ welcher level 90 ich gehe bloß weg das schon mal machen ich sehe schon ich verliere schon recht hier leben wird jetzt gemacht oder nicht es funktioniert auch ein wunder was bei mir jetzt mal das funktioniert so ist sie drin ja jetzt ok kommt auch schon rein so wie habe ich auch das hier jetzt mobile bank so könnte ich mir so richtig kristalle machen also jahr kristalle jetzt auch wenn sie das sind ich bin einstellungen position weiter okay was habe ich bekommen kann ich einfach mal kurz auf das ist jetzt ein von einem gewonnen die vorliegenden wenn es aber die klickung fähigkeitsbuch das kann man schon kaufen ich bin schon scheiße kann man sich holen soweit ich weiß so dann habe ich hier level 60er andere oder? das sind die euremänner gleich aha schon mal angehebtet weil hier nix mehr auskommt ich denke ich hau nochmal das hier rein und dann los gehts hau ich noch ein bisschen schneller also ich mach oh nicht schlecht 1 5 1 8 ok da war gerade 3 2er also 3 2er schaden jetzt die aura weg schnell nochmal aufladen ah das ist noch diese kacke ok geht schnell also denke ich geht schnell ach ich glaub da Attacke ok geht da geht auch nicht mehr also geht auch da so also die schlechte 4 ist also warte ich geh mal kurz also jetzt C so ja hier Verteiligung ach geht hier ist Attacke nicht schlecht Monzerstein ok ich bin ein bisschen sprachlos und verplant wie immer wirklich schätze ich weil er was ist das hier du ich bin ein 80er schaffe ich die? ok komm ich bin ein Sun Killer ok Deckelboss schaffe ich bestimmt nicht also wäre ein wunder wenn ich es hier schaffen könnte ok das ist jetzt die Monster vom Roten Wald oh nein ich sehe schon er gibt mich schon heftig damage ich bin vergiftet WTF Alter geh mal weg da kleine Milsgeburt hau mal ab lass mich mal in Frieden hier nein ich bin kein Klauen ich bin tot oh fuck wieso kommt der scheiße Level 90er zu mir ja ich habe schon eine harte raue Stimme hier bekommen wegen ach scheiße mein Pferd ist gleich tot dann habe ich was zu essen für das Pferdchen geil ne geht das hier hast du Hunger? wie kann ich das Pferd füttern? ok ich denke ich bin nicht hart aber egal ich denke ich werde es noch mal schaffen also der 2.11.80 ne die scheiß Beding ja ich denke ich schaffe ein 75er oder? ich habe nicht locker also den hier müsst ihr wirklich gehen so schön nachpumpen hier ja verreckt hier dann wäre schön mal ein Tango mit euch geil so macht man das also den Level 90er schaffe ich bestimmt nicht also wer hätte jetzt gedacht dass Shunkila jetzt wirkt Level 69 Level 90er packt also ich nicht ich weiß auch nicht zuerst wie ich jetzt die Verzauberung soll also jetzt ich weiß nicht die Verzauberung ich bin voll auf mein Kopf äh jetzt die wie heißen die jetzt äh ach ich nenne sie ja Verzauberung äh ja durchschaden fähigkeitsschaden 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 oder durchschaden also das ist jetzt meine Frage an euch ob ihr mir helfen könnt dabei das deswegen weiß nicht was ich labern soll und frag euch nochmal könnt mir bitte in den Kommentaren schreiben also was ich jetzt was was jetzt die bessere Verzauberungs sind also ich stelle mal kurz Verzauberungen ihr könnt mir dann in den Kommentaren korrigieren ich weiß nicht so recht wie ich das nennen soll also ihr müsst mir verzeihen ich bin jetzt in den Thailand abgefahren oh nein scheiße scheiße nein nein verrecken schnell laufen weg weglaufen lauf sonst sterbst du oh fuck du hessige kleine Bongo wieso stirbst sag mir das ah alter 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 bin ich schlecht vielleicht in der Richtung ist das bisschen kacke die wäre eigentlich besser ne ok ich muss nur mal kurz in die blaue Stadt reisen und gucken was für Rüstung es gibt vielleicht kann ich eine besser holen als diese Schrott da ich denke ich werde auch hier heute ein paar Parts mehr auf aufnehmen also ich mir kommt es zuvor weil ich jetzt kurz ein paar Karp und dann morgen also morgen wenn ich dann noch nicht so ja er wird äh Black Shooter aufnehmen ja mit Black Shooter er wird sich in ferner Zeit auch einen Youtube-Kanal anlegen da kommt er auch in ferner Zeit irgendwann äh kommentaren also nicht kommentaren alter wie sonst bin ich jetzt äh in der Beschreibung so meine ich das kommentaren da hat er nichts zu suchen außer wenn er jetzt mir irgendwas fragt fragt er wie er will so er wie er will alter 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 was ist mit ihm los oh scheiße die kann man kaufen plus hier ok kann so haben weg damit weg damit ok was ist das er hat ja gar nicht ne ja durchbruchschaden die stoff zauber zauber schlicht bestellt nicht wirklich ab und die zwei schutzkater die teuer sind scheiße Boah deine Mutter ok und kaputt zerstört wie immer ich hab ja kein Glück so Schock Krieger natürlich ich hab ja keine Pulsie hab ich einmal diese Scheiße und diese Scheiße äh äh was gibt mir das das hier ne hol ich mir das so dann schmeiß ich das hier weg also wer braucht die Scheiße gut jetzt pack ich mal vier und ich möchte ein bisschen so erst mal ein Typing so so da sind die drauf was sagt er hab ich gerade echt nicht bekommen ok wenn wir profitieren wir sollen mal ein We-Life zu bekommen und dann haue ich mir so dann auch die Fresse dann gehen so also ich höre mich vielleicht ein bisschen schwach an aber wenn ich abgehe dann rennt jeder von mir weg so hier gibt es auch irgendwie diese Teile wo ich dann irgendwie die Scheiße machen kann also mehrere Teile bekommen wollen ja da ist da die Hardcore Maus wo sind die wo sind die ah hier sind die ne also gegenstatt verstärken da bekomme ich noch einen Boni drauf eigentlich theoretisch also ich denke ich steck die Pile sind ja billig sonst war das alles ne also eigentlich nicht zu holen zu holen guck so muss ich die Jagdspeicher Kategorie machen ne ja Jagdspeicher yeah ja 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 Alter, kannst du das haben? Danke. Ja, 2-0 darf ich so nicht. Denk ich, werde ich die Läge überleben. So, dann gehe ich hier mal wieder hier hin. Okay. Ich habe gehört, der Weihnachtsmann kommt hier in dem Bereich. Bin ich jetzt glaube ich, reicht oder nicht? Weil ich jetzt irgendwie alle feindlich sehe. Warum muss ich mich wirklich ausloggen? Okay, Leute, ich guck mal, wenn ich mich auslogge, ob es hilft. Also kurz Charakter wechseln. In 3, 2, 1, BOOM! Gut. Also ich sehe schon 15 Minuten sind es gleich. Ja, gleich. Uh, sexy bitch. Ja, aber schneller, los, los, los. Ich sehe hier, ich habe irgendwie ein paar Haufen, wo kommen wir auf. Ach ja, hier ist die Playlist. Wieso sind die immer noch feindlich? Warte, ich mache mal das doch mal. Also gleich ist ja, Hata, die Hautkoch. Hauptkoch, Baupen, so. Und dann hat sich die Pümelscheiße, nämlich mehr. Jack Wall, Reichwechsel. Ja, ich will ins Rote. Hier ist blau. Junior. Ja, ich will wechseln. Du kannst... Du kannst das heute nicht noch nicht wechseln. Ah! Wow! Habe ich Gild hier? Nein, ne? Wieso habe ich deine Gild hier? Wat? Ich bin eine Gild hier? Oder seit wann? What the fuck? Kann ich auch bei ihm machen? Warte. Egal, warte. Erstmal mache ich hier erstmal diese Kacke hier. Und dann, Alter, das hier rauf. Andert das. Oh, jetzt haben wir dieses Verstärker, dieses Scheiße. Jetzt sind wir mal, äh, ändert, ne? Und nicht reinfliegen. Oh, Scheiße. Alter, das geht nicht, ne? Kein Bonus mehr, hinzugefügt. Oh, Mann, ey. Deine Mutter! Toll, jetzt haben wir das Verstärker gebaut. Ja, ich könnte es aber auch nicht abwarten, so. Kann einfach weg, weil die Scheiße bin ich, weil... Hä? Weitere. Kein Bock auf Handel, oder? Geh weg. Juh. So. Weit, weg damit. Kein Bock. Weg. Weg. Dann fahr mal alles weg. Das waren ja billig. Der Scheiß war billig. Billigfahre und so. Okay. Deutsch-Verteiligung, magische Verteiligung, fein-Wieder-Stank und Schwer-Verteiligung. Nein. Nein. Sieht auch nicht besser aus. Okay, Leute, ich mach mal kurz einen Cut. Hallöchen! Das war der kleine Cut. Und ich wusste kurz, was machen. Ja, was ganz gesongen ist. Ich muss kurz auf Klo. Das war der spezielle Cut. So. Und das war's auch. Und ich mach auch jetzt eine 20 Minuten Art. Also der R, der auf Hochglanz poliert wird. Also ich auf Hochglanz poliert wird. Ich weiß nicht, was ich mache. So, weil so hier ist eben die Rutschung und so. Vielleicht auch noch ein bisschen switchen. Also das wird schon ein bisschen ausmachen. Dann hier entstand 50% Nahkampfreflexion. Und dann ist die Rutschung. Also 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 ich denke, das geht besser. Nahkampfreflexion. Schwer-Verteiligung. Magie. Fertiligung. So. Feiern. Okay. Das geht auch für mich. Hier ist uns die ganze- Warte. Wir sind die ganze Part hier hier. Du sollst hier verbringen. Hier. Also ich denke, wie immer machen, dann müsst ihr auch klein. Also das Rutschung hier. Weil dann hinterlust die Stichkot. Ich kann auch sagen. Also die ganze Zeit muss ich kurz 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 nachschauen. ich weiß jetzt wo ich gerade gemacht habe, ich habe gerade zu meinem anderen Account geschaut ich schreibe mal schnell hin er steht da, also der hier, er ist ganz alleine da der Stankiller ich habe ihn noch mal zu leben erwacht so hier steht er der Stankiller er schwitscht gerade sein Schwert auf ein kleines ja, ein bisschen gucken, was das besser ist ok, wieso glitzt denn meine Rüstung so komisch was hier mit den Sternen oh egal jetzt habt ihr meinen anderen Charakter gesehen scheißleit da reicht ach ja, ich denke irgendwie hier kann man sich die Scheiße holen wo man das fährt da, fertig so mit Heukarot und mit was kann man das fährt damit echt nimm mal das da wieso greift mich die Huren so an wieso greift mich die Huren so an sag mal du hast eine kleine Rapte deine Mutter hat sich aus dem Muschi die quetschen und du musst dir heulen, du hast die Huren so alter auch nichts dazu gelernt, ne zu dumm zur Schule zu gehen so holst du jetzt ein bisschen das Pferd, danke hier hier Fütter. 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 Bansonskrieg. Wieviel muss das vielleicht füttern? Echt jetzt? Wieviel muss ich füttern? Hast du mich verarscht? Fütter. Wie ist das? Wie ist das? Warte. Labelspunkte, das wäre jetzt 60% Ausdauer. Warte. Warte. So komm jetzt, was macht das da? Was ist der Karte? Warte, ich geh mal jetzt einmal füttern, also warte mal, ich hol mir erstmal den Shackling. Schließend. Ich hol mir ein paar Schritte. Fütter es, also ich weiß, dass es 60% sind. Ich hab's jetzt mal kurz gefüttert und geh mal nochmal auf Status. Oh fuck, das gibt nur 2%? Oh oh. Also wirklich scheiße. Okay. Muss ich mich sehr viel holen. Ja okay. Irgendwas mit ihm verlangen. Krause hin. Guck mal schon. Also jetzt immer mal Futter geben. So ein paar mal gucken, ob es fall ist oder nicht. So. So. Jetzt kann ich mal gucken, wie viel das bekommen hat. Jetzt sind es auf 77. Okay. Aber stehen so scheiß fähig. So. Nochmal Futter an. Scheiß Bär, Digi. Okay, jetzt schon mal grün. Wie viel Prozent hast du? Okay. Okay. Und was ist das? 20. Das ist Kraut. Kann ich denn das hier geben? Und das hier? Das hat euch gegessen, ne? Ich drücke auf Gewohnheit jetzt irgendwie. Oh, scheiße was ich aufgemacht. Zurück. Nein. No. Status. Alter hat sich auch nicht verbessert. Es. Es. Also. Hier weg damit. So. Fertun. Jetzt kommen wir hier. So. So. Es geht natürlich schneller. Ist jetzt. So. Jetzt kann ich aber irgendwo hinrennen kann. Und ich kann das schön weiter. Ich denke, ich kann sie vertragen, wer ist dieses Pferd? So, hier schiebt es in die Rache, wer ist dieses Fazit? Gut, du bist schon mal satz, du bist verlaut. Gut, also, ich gucke mir hier mal so. Okay. War ich jemals in einer GLD? War ich jetzt als reich nicht fixiert? Finde ich echt komisch. Okay. Also, die Leute, die sind schon, die Parten sind schon etwas länger. Aber das ist auch nicht schlimm. So. Also, ich denke, ich nehme dann kurz diese Falte auf. Und dann morgen mit Splash-Shooter. Also, wenn er da wirklich aufnimmt. Da kann der ja ein bisschen länger werden. Shred-Retalisierung in einem Spiel. Wie anderes wird dp, Shred-Retalisierung, T3-Fischer. Alles voll scheiße. Oder? Schreibt es im Kommentar, wenn ich gerade etwas ganz falsch verpeile. Oder irgendwie doch die ganz guten Verzollungen hier verplöten lasse. Was ist das? Hier, Mavische Anruf. Anruf wird... ...zu nicht richtig, oder? Keine Ahnung. Also, ich bin doch ein bisschen sehr verpeilt. Also, ich weiß, was die machen sollen. Also, ich werde auch gucken, ob die Musik doch ein bisschen zu laut war, wie ich das gerade gemeint habe. Aber ich denke, die sollte passen, ne? Ist das richtig jetzt? Das ist gut. Zweieinige Verteiligung, Feuerwiderstand, D-Fuckers. Okay, ich lasse es jetzt eigentlich mal so. Also, ich guck mal, was ich hier habe. Fächer-Verteiligung, 10% Nahkamp-Refektion, Zweieinige Verteiligung, ist das? Und tp. Auf der Rüstung habe ich... Zweieinige und Dings. Also, ich habe hier zwei andere... ...Perks, kann man sagen. Also, ich bin jetzt voll auf Ballerspieler, also... werde ich auch ein bisschen anfangen. Warte mal auf mal zwei. Also, ich lasse es mal so. Also, ich weiß, dass hier alles voll kacke ist. Ist aber auch nicht schlimm. Weil ich gehe jetzt kurz zum roten Wald. Warte, nein. Erstmal werde ich so roter Reich. Und guck, wieso ich das Reich nicht wechseln kann. Voll scheiße. Also, ich sehe schon... Boah. 25 Minuten. Lass ich so ungefähr 25 Minuten. Ja. Lala, lala, lala. Mach schneller. Ach, schau. So! Es schnell, schnell, schnell! Ich steck in der Stora. 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 Pau. So. Wo? Wo ist denn Juan? Wo ist der Mongo? Ja. Sie sind die Grünen. Wieso? Ich habe keine Gelegenheit. Was meint ihr denn? Wieso? Ich will keine Gelegenheit. Vom Pferd aus. Aussteigen. Ja, du Mongo. Ich stehe schon fest. So. Zurück. Schau. Ich stehe. Rechtsklick. 3. 3. Schau. Ja. Ich gehe blau. Bitte. Es ist nicht. Rechtsklick. Und. 3. 3. Ja. Es geht. Ah, ich war noch vor kurzem in der Nähe, okay, also ich denke, das wird dann in der nächsten Fall passieren, wenn ich dann gleich Schütt aufnehme. Ja, und ich denke, ich bin genug überzogen und ich denke, das reicht dann. Und so sieht es jetzt aus. Yeah, mal kurz jetzt hier die Attacken ausheben. Yeah, und dann sage ich mal Ciao, Leute.